Da unten waren schon wieder Viecher, die ich noch nicht kenne. Da oben auch. Ne, das sind O-Rallye, kenne ich. Das war's dann. Das war's dann. Das war's dann. Der Plan dahinter sein soll, wann man da drückt. Muss ich das Spiel halt ohne Blocken durchspielen. Gar kein Problem für einen wie mich. So, hier kann man hoch, aber ich glaube, ich gehe erstmal runter. Sollte hier überhaupt irgendwas sein? Ah ja, doch. Das war's dann. Das war's dann. Gut. Das war's. Nur für drei Sägen des Planeten, oder was? Hallo, Luna. Uiuiui. Uiuiui. Oh, Kiste. Na? Wie geht's dir, Luna? Luna mit A am Ende. Kann nicht benutzt werden. Kann nicht benutzt werden. Kann nicht benutzt werden. War ja klar im BH. Aha. Also mir geht's gut. Und selbst. Ich hoffe, bei dir ist alles positiv in deinem Life. Okay. Da müssen wir dann langen. Ich glaube, wir haben die Männer in Schwarz verloren. Die finden wir schon. Ja, eben. Außerdem sind ja noch irgendwo zwei von meinem Team unterwegs. Also von dem her keine Sorge auf der Morge. Ah, Kluckenstufe ist gleich Codexstufe, oder? Sehe ich das richtig? Könnt ihr nur eins nehmen und zwar das. Bits. Kanntagstufe ist. Du hast nicht. Ich nehme die cauliflower. Nöte. Warte. Ich nehme die Bass Valorz. Ja. Für dich. Ich nehme die Luft. Du hast nicht. Dann bin nicht. Ich nehme die Luft. Ich nehme die Luft. Ob ich auf Toilette war? Ja, ich war auf Toilette. Hä? Ah ja doch, hier lang. Gute Nacht, Maxi. Schlaf gut. Schön, dass du da warst. Die Verletzungen sind gar nicht so schlimm. Er ruht sich nur ein bisschen aus, weil er in letzter Zeit ziemlich armflotzen musste. Ah, die Turks. Wir sind die Turks. Macht er also richtig Urlaub? Da kann man ja glatt neidisch werden. Ja, sowas in der Art. Und was machen wir jetzt mit dem? Rude. Mal ganz ehrlich, ich kann dieser ganzen Sache nicht so viel abgewinnen. Dass wir die Schwarzkutten verfolgen, was soll das bitte bringen? Ist ein Befehl von oben. Mehr braucht dich als Turk nicht zu interessieren. Seit wann bist du so ein Kriecher? Na jedenfalls, dem da ist nicht mehr zu helfen. Lass ihn uns erlösen. Son wird sicher dasselbe tun. Rausa. Bester! Warum redet die auch? Frauen, Alter. Mit Frauen kannst du nichts machen. Was fängt denn die auch als Reden an? Aha. 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 Avalanche. Gestatten. Der neue Stern am Tatshimmel, Elena. Mit Abschaum wie euch. Räum ich gnadenlos auf. Wo ist Reno? Im wohlverdienten Urlaub. Und während der nicht da ist, habt ihr mich am Hals. Sie mag unser neuestes Mitglied sein. Aber unterschätzt sie besser nicht. Mache ich eh nicht. Was? Wind. 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 Alter, der nervt! Ist gut. Es ist vorbei! Verzieh dich! Verdammt! Verzieh dich! Verzieh dich! Verzieh dich! Verzieh dich! Verwalt! Aus dem Zeichen! Binder! Gehen euch! Versteh ich ganz bestimmt nicht! Versteh! Versteh! Root! Geh' dich! Entschunder! Ich bin Helena! Lina! Ich hab' jetzt los! Nicht zu waschgutzen! Zieh' mich jetzt drin! Zack! Hier! Arbeiten wir im Team, mach' dich achten! Ich mach' das! Ja! Komm, geh' jetzt endlich'n Schock, du dumme Sau! Ja! Stürzt! Gegen euch! Verliere ich ganz bestimmt nichts! Verdammt! Nimm das! Das war's! Oh Gott! Du bist hier in einem Ges nur für einen Weg! Ja! Du bist hier. Jetzt bist du auch! Und eracht' noch mal in denAddieren! Ich hab' jetzt den Team! Sie das für dich! Schieber! Schieber! Das war's! Es ist vorbei! Das müssen wir mit tun! Hier, mit uns! Ja! Immer noch nicht genug? Wir müssen nachdenken. Das war's! Wissen Sie! Nachdenken! Was hast du? Was hast du? Das war's! Blütensturm! Floski ist ab. Kommt die beiden mit her. Unsere Freunde und der ganze Sektor 7 zillen auf Rache. Suchst wohl einen Sündenbord, was? Dann solltest du mal in den Spiegel gucken. Wie auch immer, die Dinge haben sich gewendet. Steht zwar ein Kopfgeld auf euch aus, aber wenn ihr uns nicht in die Quere kommt, lasse ich euch gehen. Wie gnädig euer Ehren! Pass gut auf Aerys auf. Elena! Oh oh, das war schlecht. Das war ganz schlecht. Mitrübelminen-Enttäufe. Gut, dass der schwimmen kann mit seinem Maschinengewehrarm. Wo sind die anderen? Seid ihr okay? Klar! Hab mich ehrlich nie besser gefühlt. Schaffst du uns oben wieder raus? Klar, wird schon! Dann treffen wir uns am Ausgang! Okay! Diese Männer kenne ich nur allzu gut. Aus Hojos Labor. Sie haben eine schwere Mako-Vergiftung. Schimra-Schweine. Was meinst du, warum die hier rumschlurfen? Womöglich folgen sie Sephiroth. Denkt zumindest Cloud. Cloud, hm? Der macht mir auch Sachen. Ziemlich. Aha. Das kann der, so, so. Jetzt muss ich aber erst mal die beiden, äh, hier so, weißt du. Erst mal alles raus. So. Dann, halt. Kriegst du. Heilen. Und Automagie. So. Bringt gar nichts. Weil. Ah, Mann. Er doch. Heilen bleibt. So. Und du auch. Heilen. Und Automagie. Automagie. Heilen. Damit das schneller skillt. Und du kriegst noch Glut und Frost. Außerdem. Diese präzise Abwärmung, geht das nur im aktiven Modus oder machen die das automatisch? Und du kriegst noch nicht mehr. So, Ifrit kriegt er auch noch. Da irgendwas Besseres. Okay, wird schon irgendwie. Halsband der Rebellion, aber wenn das kein Zufall ist, dass ich da jetzt was bekomme für den. Okay, ich behalte das alte noch. Um die Technik zu lernen. You know what I mean? Gute Nacht. Gibt's auch nix Neues, okay. Verkaufen, kann ich irgendwas verkaufen? Talisman. Ja, komm. Gute Nacht, Luna, Buna. So. Der ist einfach tot. Hm? Ah, es ballert der einfach weg. Starker Mann, starker Mann. Männlichkeit. Männlich, männlich. So, jetzt müssen wir gegen die Paddings da kämpfen. Bang, 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 bam, bam, noise. Bam, bam, bam. Padding, padding. Bam, 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 bam. Feuerstoß. Ich habe keinen Analysen drin, kann das sein. Das heißt, ich weiß jetzt gar nicht. gegen was die schwach sind. Feuer anscheinend. Ah, ja, guck, macht her. Taparetto. Taparetto Vincenzo. Bam, 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 bam. So. Ganz viel Eisenerz. Und jetzt? Wie sollen wir aufkommen? Gar nicht. Wie wäre es damit? Ich seh nix, Mann. Ich seh nix, Mann. Zvimm, Bared, zvimm! Mach! So, Fertigkeit, Feuer, Pudding. Fertigkeit, Feuer, Pudding. Sieg! Sieg! Der Barretto, Alter. Wie er da rumrennt. Als wäre er cool. Dabei ist er gar nicht so cool. Ha, ja! Wieder schön viel Action hier. Gut, dass ich Feuerimpuls kann. Die Materia heilen hat die nächste Stufe erreicht. Sehr gut. Damit kann der jetzt Vitra und Vitra ist wirklich gut und wichtig. Das kann der mit einer Hand. Schaut er das an. Alter, so ist die Angie auch. Mit einer Hand kann die sich da hochziehen schon. So stark ist sie schon. Ich nicht, ich kann mich nicht mit einer Hand hochziehen. Easy peasy, Alter, du Kerl. Easy peasy, sagt sie. Ich glaube, für einen Großteil der Menschheit ist das gar nicht so easy peasy, wie du das hier hinstellst. Sieg da einfach mal so eine Felswand hochziehen mit einer Hand. Sieg da einfach mal so eine Felswand hochziehen. Wo ist ihn hin? Hä? So. 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 Ja. Hä? Wo muss ich denn hin? Ach hier. Mein Gott, Alter. Schau mal, sogar mit Überhang. Mhm. Mit Rü-Grum-Bau. Oh. Untertitelung. BR 2018 Was? Das wird jemand so. Ha! 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 Das wird etwas kitzelt. Das wird etwas kitzelt. Das wird etwas kitzelt. Was? Geschafft! Feierabend! Easy!